Perleberg. Zur Auftaktveranstaltung der ersten Perleberger Schilddrüsenwoche kamen am 20. April viele interessierte Besucher in die Cafeteria des Kreiskrankenhauses Prignitz. Neben dem Chefarzt der Klinik für Allgemeinviszeral- und Gefäßchirurgie Dr. Adam Ballauk referierte auch Christian Berndt, Facharzt für Allgemein- und Sportmedizin aus Wittenberge. Weltweit leidet jeder dritte Mensch an einer kranken Schilddrüse.